Isabel! Leute, Isabel hat uns ein kleines Geschenk mitgebracht. Was ist das? Eine Airtrack. Nice, man. Du siehst du ziemlich scheiße aus, was ich würde sagen. Oh mein Gott, Alter, what the f*** ich. Mach auch was cooles jetzt hier. Das ist ja der Hammer. Okay, das Ding ist jetzt schon eigentlich ganz nice. Aber es wäre ein bisschen langweilig, das als normale Airtrack zu benutzen, finde ich. Ich finde, wir müssen daraus eine riesige... Ach so, Tim ist auch da. Hallo. Ich finde, wir müssen daraus eine riesige Rutsche machen. Und zwar werden wir das tun. Ein bisschen weiter weg von hier. Das heißt, wir müssen die scheiße jetzt tragen. Let's go! Wuuu. Ja. Okay, Leute, wir sind doch zu vorn. Wir haben jetzt zwei Autoskolle und werden jetzt jetzt versuchen, oben drauf zu machen. Es wird nie was. Es ist einfach die dürfte Idee, dass es niemals klappt. Das wird sowas von gut sein. Wie geht das? Es geht ja. Es klappt ja gar nicht. Oh nein, es fällt. Es fällt. Okay, bis hierhin haben wir es geschafft. Da dürfen wir nicht mit dem Auto reisen. Ein Drittel haben wir geschafft. Genau. Nice. Wir stehen am Berg. Oh mein Gott. Jetzt hab ich gedacht. Okay, Leute. Wir brauchen jetzt Wasser. Wir müssen meinen Nachbarn mal fragen, ob die Wasser für uns haben. Den Pool und Lul. Ding für Lea. Pool für mich. Los geht es. Lea, ich hab meine Lieferung. Digga, das wird so krass, Alter. Das wird so krank. Oh mein Gott, Digga. Jetzt brauchen wir nur noch Wasser. Okay, Leute. Wir haben jetzt von unseren coolen Nachbarn eine sehr nice Wasserverbindung bekommen. Jetzt ist halt die Frage, ob das reicht. Ich weiß nicht, ob es reicht. Nee, wird eng. Warum? Nein. Ein Meter. Mega. Das Wasser wieder komplett. Und, ähm, ja, dann geht gleich Wasser im Marsch. Oh nein. Johannes ist gekommen. So, meine Freunde, Johannes ist jetzt auch noch hier. Hallo. Okay, erster Test, oder was? Machst du ohne Hilfsmittel? Warte, erst mal so runter. Okay, wir müssen es noch ein bisschen optimieren. Mit ein bisschen Schwung haben wir es. Ein bisschen noch ein bisschen optimieren, Digga. Aber eigentlich ist es heftig, Digga. Was ist das? Oh mein Gott. Das ist so geil, Digga. Ganze Kamera nach, Bruder. Das ist so geil. Ja. Ja. Lea kann es noch nicht so ganz, aber wir schauen mal rein. Ja. 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 Was? Alter, ich war hier runtergeslidet. Ich versuch zwei von hier. Ich kann ja nie gar nicht mehr drauf. Spass für die ganze Familie. Ich mach mich lieber fest. 2 1 Ja mega Spass. Und da Johannes noch nicht genug lächer hat er, gemacht wurde in diesem Video würde ich sagen Johannes 321 also sehr passend er hat ihn gerettet all the shampoo is in my house in my house im Lied ich bin nicht dafür wäschel willkommen im Hundesalon à la Routier höchst interessant ok Das hat der doch nicht mal geschafft. Cue das dog on earth. Die kann man so süßen. Ja, da kann man vorne parken.